Hallo und herzlich Willkommen zum Video über das Bohr'sche Atommodell. Atome sind die Bausteine der Materie. Aber lange Zeit wusste man nur wenig über ihre Eigenschaften. Bohr revolutionierte unser Verständnis, indem er Rutherfords klassisches Modell mithilfe seiner Postulate weiterentwickelte. Und wie genau diese lauten, wirst du in diesem Video lernen. Dazu wiederholen wir zunächst das Rutherfordsche Atommodell und Balmers Formel zur Beschreibung der Spektrallinien im Wasserstoffatom. Beides zusammen brachte Bohr darauf, seine Postulate zu formulieren. Mithilfe dieser Postulate werden wir dann die Energieniveaus und Bahnradien von Elektronen herleiten, was damals einen großen Erfolg darstellte. Zum Abschluss werden wir noch auf die Grenzen des Modells eingehen. Na dann los! Ernest Rutherford stellte im Jahre 1909 fest, dass das Atom selbst aus kleineren Teilchen besteht. Aus den Resultaten seiner Experimente schloss Rutherford, dass das Atom aus einem positiv geladenen Kern besteht. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com